Ein herzliches Tim Serino, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Overwatch, die Beta. Mit dabei sind alle aus der letzten Folge. Ein herzliches Hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Welche Kopf wollen wir schwingen? Immer Trobion, ja. Trobion? Was ist denn Trobion? Das ist ziemlich gut. Trobion. Was haben wir denn? Lass das du spielen? Nee, wir haben ja eigentlich schon alles. Wir können eigentlich als Schaden spielen. Hä? Was soll das da? Dings. What the fuck? Aufwärmrunde. Achso, ja, stimmt. Warten, warten. Es fehlt ein Spieler. Oh mein Gott. Oh ne, hoffentlich kommt da jetzt einer rein. Weißt du, was es wird? Ich muss den Schrott sammeln. Dann brechst doch die Folge ab und tut er nochmal anmoderieren, wenn das beginnt. Ja. Nein. Ey, die Power wieder. Kommt, kommt, halt. Ja, trefft mich schon. Ich bin doch der größte New Champ of End. Wer denn? Ja, aber man. So hart ab. Ja, hoffentlich kommt da jetzt einer rein, so schnell. Das ist ja ziemlich verschwindend. Oh weird. Und seit wann hast du nur den Detschen, der ich gefunden habe? Hat er eben gekriegt. Easy, ja? Jetzt denke ich, wie ist die erste Porta. Warte, da ist Schrott. Da ist Schrott. Genau. Oh fuck, 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 fuck. Oh mein Gott, was ist denn das für ein Kombi? Ja? Wunderbar rasiert. Hoffentlich kommt jetzt in den nächsten fünf Minuten einer. Nein. Da ist Schrott. Schrott, Schrott, Schrott. Wir sollten, glaube ich, rausgehen. Es wird nichts. Hier, hinter euch. Wer ist eigentlich Leader? Hm? Wer ist Leader? Hinter dir. Jungs, wer ist Leader? Ich nicht. Ich supporte hier. Philipp hat mich eingeladen. Ich supporte mit Damage. Wer von euch ist Leader? Weil der muss uns rausholen. War mal Leader. Der Junge ist das Leader. Wir hatten hier schon zu lange. Also wie gesagt, Jung ist Leader. Der hat sich selbst geheilt. Jung dann, hol uns mal raus hier. Nein. So. So. Ah, stopp. Fucking. No. Guck mal, Rainer, Alter. Jung, habt ihr gehört? Holt uns mal raus aus dem Game. Jung. Jung, hallo. Ja, ja. Oh mein Gott. Hey, er war der Kuppenmannführer. Ja, er war Kuppenmannführer. Jetzt bist du es, Philipp. Oh, what the fuck. Hä? Du musst es nicht rausholen. Ja, weil der Jung ist ausgegangen ohne die Gruppe mitzunehmen. Ich hab' einfach nur geklickt. Du bist ja zu dumm, um das rauszumachen, ey. Das gibt's nicht. Wohlfassbar. Kurzkiste öffnen. Oh. Kurzkiste öffnen, schnell. Den in Legendary Emote hab ich gekriegt. Ja, ladet mal den. Ja, hab ich für den 5 Gold. Wollt ihr mich erhausen? Der ist los. Ja, 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 ja. 5 Gold, da hätt ich 1000 Gold, da könnten wir den Legendary kaufen. Ich hab' 500, Alter. Kommt ganz halt nur Crap. Nur für ein Level, Elvin. Äh, 32. Ich hab' ich. 28. Äh, 28. Ja, wir sind halt. Wir sind halt. Danke. Könnt ihr mal sehen, statistisch. 99 Siege. Wir fehlen also. 1 Sieg zu 100. 89 Siege. Oh. Entweder wenn wir hier im Harden der Welt, oder äh, gewinnen. Ich weiß, ich nehm' Widowmaker. Ich nehm' alle Gigi. Nachmarsch. Ich weiß nicht, soll ich hier den Affen nehmen? Vincent? Ich nehm' ich eigentlich gerne McCree. Was wollen wir denn? Nachmarsch, ich nehm' mir. Was wollen wir? 1 und 5. Wir haben keinen Support. Hallo. Oh mein Gott. Ich grüße euch. Hier. Wirklich? Wirklich? Okay, okay. Okay, du hast einen cooleren Skin. Okay, okay. Favien. Ich weiß, dass du damit sein willst. Hier. Good luck. Have fail. Good luck. Was geht's? Go! Faster, bitches. Tschüss. Der wird die Granatenwerfer schon. Der ist heiß, man. Facer tot. Okay, los geht's. Was ist jemand, Manu? Wo sind die denn? Steht! Außer der hier. Ja, ich hab'n Doppelkick gemacht. Was ist heht? Was ist heht? Ah da. Was ist heht? Ich hab' die zwei Gegner hier runtergeschleudert. Das ist so geil. Oh, Mei, du Bitch. Was? Vorsicht, ihr seid am Arsch. Oder irgendjemand kritisch. Wir müssen hier zurückbleiben, gerne nicht alle zuvor stehen. Was? Es müssen nur ein paar hier drin stehen bleiben. Jungs, draußen draußen! 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 Ey! Willi? Weiß, ich verreiß! Rettet mich! Hab ich! Ich brauch' die! Okay. Schau' maaaa! Haben sie zwei! Ich kann die immer noch leben! Und unsere Leute! Wir sind alle hier, die Günder! Aber wer war das genug? Nein Goaltet alle Fuck man Oh mein Gott Wo sind die Gegner hin? Hey, oben oben ist die Gegner Oh Schau, ne Mei kommt, ne Mei kommt von hinten Achtung Oh mein Mei ulti Was denn tot? Ich hab auch Mei ult Jetzt einfach gerissen Mei ulti ist Tödlich Ziemlich töd What the? Fuck, Alter, wir hätten das gewonnen Man Kannst du nicht ein Drecks Waffe-Sniper naller Nein, ich müsste nachladen Das kann nicht sein Oh mein Gott Oh mein Gott Hat der oben Ulti noch Scheiß Fahrer Ah, meine Fresse haben die zwei oder was? Ne Da hätten gekillt Mei, Alter Mhm, mhm, mhm Die Gegner Stift ich bin voll gestorben bleib draußen bleib draußen ich komme ich komme er hat nur einen bekommen wir hätten so einfach geschafft ich habe schon leute es kann nicht sein dass wir das jetzt verlieren komm 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 geht rein geht rein ja wie denn ich bin tot nein oh mein gott jesse man ey diese mercy einfach hat so abgefuckt hat was gehts 7 6 8 2 2 2 3 3 3 Wer wird schon angeschossen, ey, die scheiß Före wieder von jetzt. Scheiß Newtrap, Alter. Ich bin jetzt auch Före. Was? Hä? Was machen wir denn jetzt für mich? Das Före, Alter. Ich brauche Leben, Mann. Was ey, ich kann den Gegner nicht nehmen, weil unser Tank hier so fett ist. Ey, keine Före bringt's auch nicht. Jetzt haben wir keine Före. Oh mein Gott. Blöde Kuh, Alter. Mir geht die langsam auf den Keks, einfach. Tot. Äh. Oh, Mann. Ja, warum hat sie denn die Ulti? Du wirst wiederbelebt, ja, super. Punkt mir rein, gar nicht. Ich brauche Deckung. Vorsicht. Boah, war das knapp, ja? Ja, Mann. Ja, klar, ich wird von hinten abgeschossen. Also, wie witzlos. Jetzt kommt der, Alter. Meine Fresse, Alter. Junge, wir haben so hart auf die Fresse gekriegt. Ich schlag keinen Kommentar mehr, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tauber hat mich abgefasst. Die haben auch guten Healer. Du scheiße. Ja, boah. Immerhin. Sicht, Alter. Ja. Wie treu du bist. Guck mal hier. BAM. Oh. 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 Du frisst, Alter. Kein Kommentar mehr, wir sehen uns in der nächsten Folge mit dem doppelten Abgang. Tschüss. Doppelten Abgang, du hast das schon gesagt. Warum hier damit jetzt nicht stehen? Check this out. Outro